Mein Name ist Jörg Bertgen. Ich bin in der Firma Adolf Roth GmbH & Co. KG in Gießen angestellt und bin dort für den Vertrieb der Schiffsbetriebsstoffe verantwortlich und unterstütze meine Kollegen im Bereich Logistikleitung und Fuhrparkleitung. Ich habe viele Marken schon gefahren. Irgendwie ist es immer so, dass du doch wieder zur Marke Mercedes zurückkommst. Durch die 28 Jahre, die ich LKW fahre, angefangen beim SK, die erste Actros-Generation, bis dann eben jetzt die neuesten Fahrzeuge. Heute sind wir mit einem Mercedes Arocs in der Eifel unterwegs, wo das Fahrzeug zur Belieferung von Baustellen oder auch von Lavagruben, Kiesgruben eingesetzt wird. In der Eifel haben wir die Lavagesteine, die hier aus dem Vulkan entstanden sind. Viele davon werden verwendet für den Straßenbau. Wir können heute mit dem Fahrzeug sehr viele Topographien bewältigen. Wir kommen dann eben aus den niedrigsten Verhältnissen wieder raus. Der Arocs hat natürlich den Vorteil, dass wir mehr laden können. Das ist gerade im Bereich Flüssigkeiten, Kraftstoffe sehr wichtig. Die Fahrzeuge sind mit Gefahrgut unterwegs. Da wird ganz streng kontrolliert, dass wir keine Überladungen haben. Für uns zählt dann jedes Gramm, jeder Liter, den wir mitnehmen, ist nachher ihr faches Geld.